Ja, hallo Leute, da sind wir wieder bei WizardFund1. Wir haben nach 500 Jahren alle Nebenquests beendet, das war echt krasses Lang. Und dann, wir haben dabei auszusehen, kurz die Hauptquest, einmal die Trolle besiegen mussten, aber am Schluss an mit Cyrus Drake sprechen, das heißt, wir haben einfach nur einen Troll besiegt und das war's, mehr habt ihr nicht verpasst. Und wir haben die Quest abgegeben und jetzt haben wir halt die neue angenommen und jetzt müssen wir mit dem Typen sprechen. Ja, mal sehen, was der so will. Ich glaub, das war diese lustige Stelle, ich glaub, das kann man lesen. Was willst du? Ich hab's nicht gelesen. Hier, bring dir... Ah, ja, ich weiß, was der vorhin hat. Ich sag, Spasti. Was denn? Wir müssen jetzt seine Wäsche zu jemandem vorbeibringen und der meint halt, es wäre übelst wichtig und wir sollten die jetzt schneller vorbeibringen. Nur damit es gewaschen wird. Ja, und wir wissen halt nicht, dass es seine Wäsche ist. Wir müssen sogar zu diesen, ähm, Probenverkäufer fixieren. Ich bin schon da. Du kannst es ja gleich lesen, das ist saulustig. Ah, eine Nachricht von mir. Junge, wo ich das zum ersten Mal gemacht hab in meinem Feueraccount, ey, da bin ich so ausgerastet auf den Typ. Der Händler hält einen großen Sack hervor und übergibt ihn dir. Bitte sehr, Professor Drakes Wäsche frisch gewaschen. Und schleif sie nicht einfach hinter dir her. Voll der Arschloch, ey. Junge, wo ich diese Quest zum ersten Mal gemacht hab auf meinem Feueraccount, ist es ungefähr drei Jahre oder so her. Oder vier. Alter, ich bin so ausgerastet. Guck mal, vor allem, du hast schon Wizard gezogen, als du so elf warst. Ja, wo ich in der fünften Klasse war, aber das ist voll übel. Junge, was für ne Zeit, ey. Wizard-Zeit, beste Zeit in mir. Oh, jetzt kommt noch ein schlimmerer Teil, wo ich nochmal ausgerastet bin. Du sagst dich noch um die, das ist ein Problem. Bring die Nachricht dem Schulleiter, das sollte mir den Ärger vermeintreffen. Weißt du, was der damit will? Das hat aber gedauert. Man soll... Ich stelle den Vorwurf voll den Kopf. Man hört sich immer noch um diese verschwundenen Schülern und ja, das ist wirklich ein Problem. Weißt du, was in diesem Brief... Achso, ich warte. Ja. Weißt du, was in dem Brief steht? Ja. Ne bitte an Ambrose, dass du die Schule verlässt. Also, dass du aus der Schule geworfen wirst. Lol. Voll erschwasst. Und dann, also das machen die so als... Macht der Cyrus Drake als Verarschung. Ja. Am Anfang mag der dich gar nicht, aber nach Drachenfels ist der voll chillig. Und bei Aztekas ist der auch eigentlich so chillig. Ah, schön dich zu sehen. Ah, schön dich zu sehen. Ja, guck. Ich werde dich nicht aus der Schule... Mit Rindenbart reden. Ja. Egal, was Drake über dich denkt, guck. Die Probleme als Cyclops... Was ist das denn? Ja. Bringt uns hier nicht weiter. Ich danke dir, ich habe diesen Trunk. Okay, da müssen wir jetzt den Rindenbart, den Trunk geben. Noch einen Erflug, oder kriegen wir wieder die Schulquest. Wir sind zwei Level aufgestiegen, während wir nehmen Quests, gell? Ja, voll übel. Oder ein Level, oder? Nee, zwei. Weil wir sind doch bei einem Let's Play Level 10 geworden, ich kann mich schon erinnern, oder? Echt? Stimmt. Boah. Stimmt. Ja, ja, ich kann mich schon erinnern. Das heißt, eine Person, eine Zeit, muss hat einfach nichts gebracht. Egal. Das heißt, mach ich dir in Quests, wir sonst erzählen nicht. Aber in anderen Tagen bringen wir das nicht. Ja, ja, so, ähm, sagen wir, ab Mitte Krokotopia bringen die eigentlich schon was. Ich hab mir jetzt ein Teleportziel gemacht zu Birgstrumpfort. Kannst du mir kommen, wenn du die Quests auch haust? Okay, gut. Birgstrumpfort. Ich spiel doch. Dann brauchte ich mich mal. Die Lage ist so ernst, dass ich mit besuchen. Sieh und sammle Kampfform, von Kämpfer, Kampfforms, passier scheinbar. Da bist du schon. Die müssen wir wollen. Ich überlege schon, aber ich weiß nicht, die folgende. Du musst nur ein paar besiegen. Zeig, Drake. Ah, schon, bitte. Den nennst du die? Äh, Professor Drake ist scheiß, fragezeichnend. Was ein Asi, so Professor Drake. Was ein Asi. Was ein Asi. Oder behinderte Lehrer will uns aus der Schule werfen. Nein, ich bin in diesen Scheißkampf, egal. Ah, komm auch schon schnell rein, komm schnell rein, dass ich so. da ist doch kein Kampfer egal wir müssen in die Klob als nächstes stimmt und da sind drei Leute dann kommen sie so auf die hallo Schatten auch heilig über die Werte von Ihnen lesen schlusskehlein die Leine und auch herrn Leute wie sie cool aus und aus dem Beutelstorfer Müll werfen so und sagt sie können die Bild ja fährt die Akte Kleines Ferkel Müll. Der High schreibt ist cool. Ich habe jetzt mal eine Petzl-Stelle gemacht. Der High schreibt ist cool und der hat High. Alte Stufe 15. Der hat 1100 Leben. Stufe 15, was? Wie übel. Scheiße. Junge, bis wir das einholen, das wird... Nee, da ist ein Kampfhorn. Ich greife das Kampfhorn an. Dann greife ich an. Nee, ich greife das nicht an. Ich mache eine Falle auf, dass danach mit 3 Pipsch-Zauber sollte das sterben. Ja, das wollte ich schon. Oh yeah. Boah, ich freue mich voll auf Celestia, obwohl wir da erst in 500 Folgen bestimmt erst ankommen. Oh. Oh. Du kommst ganz schnell rein. Oh, Mann. Junge, damit ich hack dir noch eh, dass du seine Werte lesen willst. Hä? Wieso kriege ich nur Stabangriff? Ist das behindert? What the fuck? Ich kriege nur Stabangriff. Ah, der killt den schon. Das ist für mich Korn. Korn. Find. Esch. Korn. Ich schreibe jetzt den Caps-Lock-Roll. Oh yeah. Warte mal. Ja, er ist tot. Ich schreibe jetzt den Caps-Lock-Roll. Oh yeah. Äh, zu viert durch. Wollen wir alle Freunde sein und Besatz-Lock-Roll-Wart zu viert durchspielen. So, wir sind ein tolles Team. Ich hoffe, das war überzeugend. Der ist Todesschule, oder? Nee, das ist der Einzipszauber. Den kann der auch mal... Du kannst nach dem Kampf schnell auf den Klick gehen. Dieser Donner ist auf jeden... Diese Donner ist Eis, weil die hat diese Eis schlafen. Man kann doch die Schule sowieso sehen. Im Kampf. Gleich, wenn die... Wenn das... Stimmt. Ach man, die wollen nicht, dass wir ein cooles Team bilden und wir sind hier oben. Ambrose stürzen. Schnell auf den Klicken, schnell. Der hat Böenwolke. Stufe 24er Eis. Guck mal seinen Zauberstab an. Der ist Stufe 24. Guck mal seine Werte an. Wo ist der denn? Ähm, da. Der hat ja so scheiß Sachen. Okay. Naja, okay. Sein Nebensitz... Sein Zauberstab... Das kann ich mich ansehen, da kriege ich Augenkrebs. Zauberstab Deutsch und Robe. Guck dir das an, das reicht schon. Und der hat das Pharaon-Karten-Spiel mit 24. Will er mich eigentlich verarscht? Warte mal, Deutsch. Bööööö. Und was noch, Robe? Verarsche. Musst du auch mit Sprüchen mit dir gesprungen vor Ort wieder? Nein, nein. Hey, was bist du? Hey, ich muss Kampfort noch besiegen. Ah, ich hab's schon. Was? Wir müssen uns zusammen machen, warte. Ich geh mal in den Kampf schon mal. Ich freute mich mal zu dir, Schreiber. Ich bin im Kampf hier. Ich bin im Kampf hier. Was? Acht Minuten schon, Junge. Wie wenig haben wir denn geschafft? Hey, was haben wir alles gemacht? Wir haben nur einen Kampf oder so gemacht. Ich glaube, wir haben uns zu sehr mit den anderen Leuten da beschäftigt. Alter, was? Scheiß-Folge. Ja. Ne, wir haben am Anfang noch... Achso, stimmt, mit Drake. Aber viel haben wir eigentlich nicht geschafft. Egal, wir haben noch sieben Minuten. Wir waren noch irgendwo. Ah ja, wir mussten ja diese Drake-Quest machen. Die hat ja lang gedauert. Hey, wie so? Kann sein, dass mein Kartenspiel-Gart am Arsch ist. Ich guck mal nach dem Kampf. Das ist voll komisch. Ich krieg nur Scheiß-Karten. Was denn für welche? Stabangriff, Schwäche und sonst nix. Elfe, genau. Das haben wir sowieso noch nie benutzt, wenn wir zu zweit überspielen. Was soll das, ey? Was ist das? Das geht nicht. Weißt du, was eine übelste Kombination wäre? So ein Eis-Zauberer, der tankt immer. Ja. Also ein Eis-Zauberer, der tankt immer. Ein Ballon-Zauberer, der versterbt übelst. Ein Sturm-Zauberer, der übelst Damage macht. Und ein Lebens-Zauberer, der alle heilt. Stimmt, ja. Das ist eigentlich schon sehr gut. Wenn man das zu viert hat und dann vier gegen vier in PvP, dann hat man schon... Das ist echt so. Aber dann in PvP greifen die Leute ja dann nicht unbedingt den Eis-Typ hier an. Nein, Junge. Das will jetzt mal fünf Stunden dauern, bis der Down ist, ey. Dann bräuchten wir noch ein Feuer anstatt ein Eis. Obwohl, Eis ist nicht schlecht. Eis ist eigentlich wichtig in PvP. Eis ist eigentlich... Turm. Ich finde, Eis ist die beste Schule in PvP. Warum? Weil die richtig abgehen, ne? Auf Stufe 95 vor allem. Die haben scheiß viel Leben, so 7000. Und machen können... Tanken dann so richtig hart mit ihren brutalen Schildern. Verstärken dann ihre Angriffe richtig stark. Und greifen dann noch richtig stark an. Und haben Turmschild. Ja, meine ich ja. Mit tanken, übelst hart. Und noch Eisrüstung, Junge. Ja, noch tausende Sachen zum Verteidigen. Und da habe ich eigentlich keine Chance. Vor allem, die haben ein Vulkanschild. Das ist gegen Feuer und Sturm. Gegen die. Ja, ja. Noch irgendwas. Aber gegen halt diese... Und dann noch ein Kriegsherr, Alter. Dann raste ich ja meist... Ich habe das immer noch nicht. Nicht, Alter. Dann noch ein Kriegsherr, Alter. Eiszauberer Kriegsherr. Von sowas habe ich am meisten Angst. Also Kriegsherr. Die höchste PvP-Stufe. Damit sieht man, dass der Typ richtig erfahren ist. Und ja, die sind... Ich gehe auf den Tinten. Ich fokuse den... Der Schwert. Also Kriegsherr. Krieg ich mal die Quest. Kaum schon. Komm, diesen Kampf... Wir brauchen noch eure Deutsche oder was auch immer. Ich habe diesen Kampf schaffen wir noch in dieser Folge. Wie lange dauert die Folge schon? Äh, elfgegert. Der gefühlt Part ist es eigentlich ungefähr. Äh, keine Ahnung. Ungefähr der 15. oder sowas müsste es sein, ne? Nicht immer an. Ja, so 15 bis 20 müsste es sein. Oh, Junge. Die letzte Zeit mag mein Karten, ich bin nicht gar nicht, oder? Echt, jetzt gar nicht. Ich helfe dir mal, den Schlüssel anzugreifen, weil ich... Ja, mach das mal. Alter, wir sehen echt richtig stylisch aus, muss man schon sagen. Wir sind Zwillinge. Weil wir haben die gleichen Hüte, gell? Ja. Und beide so eine Robe mit so einem geilen Umfang. Und noch in unserer Schwulfarbe. Ja. Und die Reittiere sind auch in der Schwulfarbe eher, gell? Haustiere? Achso, Reittiere, ja. Ist echt... Rot und Mainz ist Blau, das passt besser, als wenn du blau hättest. Ja, ja. Ist echt so. Fuck. Alter. Da-da. Da-da. Stell dir vor, es würde Gelber Drache geben. Das wäre so geil. Gelber... Gelber, du nimmst... Ne, du nimmst Orangenen Drache. Ja. Gelb-Blauer Drache. Ich stelle dir vor. Wenn man Drache färben könnte. Oha. Das wäre mal saugeil. Sehr vielfältig die Lust. Alter, ich freue mich, wenn wir den Zyklungenweg durchhaben. Ich glaube, das dauert nicht mal mehr so lange. Glaub ich auch nicht. Nun guck mal, wenn wir schon bei den Rang zwei Elite-Typen sind. Ja. Zwei Elite, Alter. Das ist echt ein geiler Fortschritt. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab die Quest. Ja. Ich bin der Babo. Ich hab die Quest. Babo-Meister 3000. Warte mal, wie das haben wir mal geschoben. Hä? Hast du auch jetzt drei Balken voll bei EP? Äh, ich habe... Eins, zwei, drei und halb. Ich hab drei und bisschen. Okay. Ich habe 605 EP. Läuft bei dir. Ich habe... Moment. Ich hab 686. Boah, ich hab wieder aufgeholt ein bisschen. Ja. Okay, machen wir jetzt hier den Cut. Geil! Wir können General Achilles besiegen. Lass mal noch diese Quest beenden. Warte, das ist aber der End-Boss, oder? Ja, aber wir können auch mit dem reden, bevor wir da reingehen. Genau das muss ich tun. Okay, ähm... Fuck. Cut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir beenden ja kurz die Folge und... Ciao, Leute. Und dann, das ist so hinten drin. Äh, Leute, kleiner Re-Cut. Nö, also, wir machen diesen Kampf. Ein Leben. Ein... Ein Leben, ne? Wisst ihr, was ein Leben ist? Das ist etwas Behindertes. Und ja, jetzt beenden wir diesen Kampf und... Ciao. Ciao. Ja, ciao. Ciao.